Hallo zusammen, hier ist wieder Holtschela und heute bin ich wieder für euch in Battle for Heroes unterwegs. Und zwar bin ich wieder auf meinen Lightforge Paladin und den möchte ich heute wieder ein bisschen weiter leveln. Denn mittlerweile sind wir Stufe 105 und ich habe mir ja in letzter Zeit ein bisschen ein paar Level-Sachen rausgesucht und habe unter anderem entdeckt, dass man quasi diese Bonof Objectives noch weiter aufmachen kann und sogar die EP noch weiter bekommt. Und ja, jetzt bin ich einmal in den Tannan-Dschungel geflogen, den möchte ich jetzt noch machen und dann in Frostfeuer. Gerade wenn wir keinen Bug haben, vorhin hat WoW so ein bisschen Probleme gehabt mit den Servern. Und es kann gut sein, dass wir nicht die Zone wechseln können. Ihr seht, ich habe jetzt hier 38.000 EP gekriegt, es ist noch ein Haufen EP, was ihr bekommt. Klar, ich war jetzt hier erholt, deswegen gibt es ein bisschen mehr. Aber das ist auf jeden Fall ein gutes Stück, was man kriegt und auch ohne den Erholt-Bonus sind es, glaube ich, immer noch 18.000 oder so. Also es ist auf jeden Fall lohnenswert. Und ich mache es jetzt quasi so auf Level, also Level 100 aufwärts, mache ich immer die Sachen hier, beziehungsweise die Bonus-Events, also diese Invasion in Leech, ne, klar, die nehme ich natürlich auch zusätzlich noch mit. Ich habe, glaube ich, zwei habe ich jetzt bis jetzt gemacht. Und, ähm, ja, schaue, dass ich jetzt hier mal noch alles mitnehme und quasi gucke, auf wie hohes Level ich da mitkomme. Ja, ihr seht, das geht halt gut voran, ne. Wenn der jetzt total erholt wäre, dann, ähm, würde es halt quasi noch wesentlich mehr bringen. Und vor allem hier gibt es auch relativ gute Schätze, ne, also relativ viele. Ich muss halt bloß gucken, wie es mit den Höhlen ist. Ja, stimmt, es sind noch zweieinhalb Level, äh, 2, äh, 4,2 Level, genau, jetzt nicht mehr viel. Das habe ich jetzt eh gleich. Dann ist die auch auf 110. Ich habe jetzt nur noch zwei Charts, die quasi in dem Mittel-Level stecken, also quasi auch auf, äh, zwischen 100 und 110, ne. Und, ja, dann sind wir schon relativ weit durch. Jetzt weiß ich nicht, soll ich so ein Ra killen? Das wird sich wahrscheinlich nicht, nicht rentieren. Gar nicht in der Lava. Ah, schau, in der Lava kann man es auch aufmachen, wunderbar. Wunderbar. Ach, schau mal, hier gibt es ja, ach, hier gab es ja diese Stacks, ne, wo du mehr Schaden gemacht hast. Ja, ja, das kann ich mich noch erinnern. Die gute alte Zeit. So, warte mal, jetzt holen wir das hier, die oberen und die anderen, welche ich dann nachher beim, beim Zurückfliegen holen. Ehrlich gesagt, die Schätze hier, ähm, habe ich keine Ahnung. Ob man da großartig, ähm, wo alle sind, weil die habe ich ja nicht, die habe ich ja seit hier, ich mit dem Main gequestet habe und die damals geholt habe, habe ich die nicht mehr geholt, ne, weil die ja nie auf dem, auf dem Radar waren, weil man ja, ähm, bis vor dem Pre-Patch auch keine EP mehr gekriegt hat, ne. Und man ist ja mit den anderen Chats aus den anderen Gebieten schon easy auf, ähm, 101 gekommen und ab da gab es halt so wenig EP, dass es halt nicht mehr rentiert hat, ne. Jetzt aber rentiert es sich definitiv wieder und so muss ich mal gucken, vor allem die da hinten sind, glaube ich, oder hier waren, also hier war, glaube ich, relativ viel Höhlenzeug und da auch. Da muss ich mal gucken, wo die genau sind, ne, also da muss man, muss ich da ein bisschen schauen. Die anderen Schätze in den anderen Gebieten, die kannte ich ja schon in- und auswendig, ne, also da weiß ich ja wirklich jeden Schatz, wo er genau ist, weil ich die ja auch schon, äh, gefühlt alle hundertmal geholt habe, ne. Ne, und dann ist das natürlich auch ein bisschen einfacher. Man macht aber noch nicht den Extraschaden, ne, also die sind jetzt hier fünf Level unter mir. Zack, da sind wir Level up und da sind wir schon 106 mittlerweile. Ich könnte mir natürlich von dem Lava-Buff, ähm, ich glaube neun Stacks dürftest du holen, ne. Und beim 10. Buff, äh, Debuff bist du instant gestorben, ne, also da musste man immer ein bisschen aufpassen. Ähnlich wie bei diesen, ähm, Fröschen, die auf den Time is Ice sind, wo man relativ gut Coins farben kann. Das ist ja auch so eine Mechanik, dass du, äh, wenn du einen 10. Stack kriegst, oh, was ist das? Ah, da musste man die Frucht da oben looten, ne, so war das. So war das. Und später hast du es ja fliegen und konntest quasi hochfliegen, ja, ja. Ja, das ist zu lang her. Jetzt war ich gerade ein bisschen verwundert noch. Schleudert er mich einmal nach oben. Mal gucken, ob ich, wenn ich alles hier hole, ob ich dann noch ein Level schaffe. Ich hätte halt eigentlich mit dem warten sollen, ne, und den vollen Erholt-Bonus holen müssen. Ah, ich glaube, das Pet dürfte ich nicht kriegen. Ah, man wird auch rausgeportet, okay, mittlerweile. Ähm, weil du musst, glaube ich, die Quest hier... Naja, okay, das haben sie geändert. Da hast du dich früher schon reingepackt, konntest es aber trotzdem nicht looten. Das sind nämlich die Endquests aus dem Gebiet hier. Und dann konntest du hier das Pet... Warte mal, dürfte das Pet jetzt relativ... Das müsste doch eigentlich jetzt relativ viel wert sein, oder? Weil wahrscheinlich macht diese Quest kein Mensch mehr. Weil du musst dadurch, glaube ich, einmal komplett Tannan-Dschungel die ganzen Events durchgequestet haben. Und das ist das allerletzte Event von dem Gebiet gewesen. Und ich nehme nicht an, dass das noch viele machen. Und damals war das Pet wirklich für so wenig Gold im AH, weil das halt jeder quasi gemacht hat, dieses Event. Und, ähm, man, eigentlich... Ich müsste mal gucken, was es mittlerweile wert ist. Und dann mich quasi, wenn es was wert wäre, ähm, ärgern, dass ich damals die Pets nicht aufgekauft habe. Ähm, ob es Tipps gibt, Archäologie zu beschleunigen? Ähm, nicht wirklich, ehrlich gesagt. Archäologie musst du einfach buddeln. Du musst einfach buddeln. Ähm, ich kann dir bloß einen Tipp geben bei Archäologie. Hock dich nicht hin und mach bewusst Archäologie, sondern, ähm, Archäologie ist sowas, was man macht so nebenher. Also, ich kann immer empfehlen, einen Film, eine Serie und nebenher so ein bisschen Archäologie buddeln. Weißt du, das ist, was man bequem nebenbei machen kann. Fand ich zumindest immer toll. Ich glaube, ich habe nie Archäologie aktiv gemacht, das Einzige, weil... Das ist, ist einfach öde. Man muss, man muss es so sagen. Also, ich glaube, es hockt sich keiner hin und sagt, hey, komm, heute mache ich Archäologie, weil ich da Bock drauf habe. Sondern, Archäologie machst du halt, weil du die Items haben möchtest, die es von Archäologie gibt. Oder halt die Achievements, ne. So wie es bei mir war. Und das ist zwar teilweise langwierig, aber man muss halt durch, wenn man es haben will. Edd ich den? Ja, ich habe ihn geeddit. Dreck aber rau. Achso, so kannst du es natürlich machen. Den Stream angucken. Und dann, ja gut, das ist eh wie... Ich bin gerade überlegen. Ich meine, es gab Archäologie-Add-ons. Aber ich bin schon so lange jetzt mit allem, was es Archäologie gibt, fertig. Dass ich, ich habe seit, naja, ich glaube, ich habe ganz am Anfang in Legion, also vor zwei Jahren, habe ich das letzte Mal Archäologie gemacht. Und ja, ich war einer der Trostlosen, die am Anfang in Legion sogar Archäologie gemacht haben. Weil ich, ähm, Anfang in Legion wollte ich, ähm, Worldplatz 1 in Achievements sein. Habe es auch unter anderem geschafft. Ich habe da ein Video gemacht, falls ihr das nachprüft. Also ich war für, ich glaube, einen Tag oder so war ich Worldplatz 1 in Achievements. Äh, also von den Achievement-Punkten, ja. Das ist ja quasi das Ziel von dem Achievement-Hunter. Und da habe ich Archäologie am Anfang durchgeballert, da habe ich alles durchgeballert. Da hatte ich die ersten drei Wochen von Legion Urlaub, ne, und habe alles durchgezogen an die Achievements, weil ich das halt mal schaffen wollte, ne. Das war halt so ein persönliches Ziel. Und ja, das, aber da, also, da bleibst du halt nur dauerhaft oder halt oben, wenn du dauerhaft durchziehen kannst. Und das kann ich halt nicht, ne, da beruflich und so. Aber zumindest für, für die Anfangszeit, da hatte ich mal Bock drauf, das zu erreichen. Und dann, ja, dann hast du das quasi einmal abgehakt, so als das Ziel quasi erreicht. So, das hier, ja gut, dann machen wir einmal so die Runde. Ach, fuck, ich dachte ich Eddie nicht, weißt du. Ich hab's, ich dachte, ich komm außenrum. Aber die sind halt auch noch 100, ne, 106 bin ich, na. Rata, hey, grüß dich. Stimmt, in Dings wird ja wahrscheinlich auch wieder Archäologie kommen, ne. Hast du eigentlich den Chosen-Titel? Ja, den habe ich, das habe ich noch gemacht. Warte mal. Das ist ja jetzt eine Heldentat, oder? Wo ist denn das jetzt drin? Ist das bei Klassisch drin oder Erweiterungsfeature? Ne, ist das bei normalen Heldentaten drin? Müsste ja jetzt eine Heldentat sein, ne. Also ich hab's auf jeden Fall mit dem Main gemacht. Wo es jetzt drin ist, weiß ich nicht. Und, ja. Mittlerweile kannst du's ja nicht mehr machen, ne. Nach dem Pre-Patch soll's ja raus sein, so wie ich's gehört hab. Und ich hab's ein gutes Stück vor dem Pre-Patch gemacht. Weil's schon, weil's schon klar war, okay, es wird irgendwann rausgenommen. Und dann, ja, hab ich das nur mitgenommen. So, jetzt nehmen wir mal die mit. Einmal so die Kurve, dann hier hinter. Und dann als nächstes den Frostfeuergrad noch. Die beiden hab ich nämlich nur offen mit dem Char. Und, ähm... Achso, warte mal hier. Wo flackt das Ding? Ist wahrscheinlich wieder eine Höhle drin, oder? Cave Entrance. Ah, ich hab noch keine Chords, ne. Scheiße. Irgendwie, ähm, Spacken nämlich. Ich glaube, ich weiß, wo der Höhleneingang ist. Und zwar... Ähm... Ah, nee, das ist doch nicht die Höhle. Also hier hinten gibt's einen Tunnel. Aber das ist sicher nicht die, oder? So groß ist das Ding auch nicht. Nee, das ist es nicht. Das muss eine andere Höhle sein. Da muss ich mal rausfinden. Ach, das ist wahrscheinlich hier oben die Höhle. Ah, ich glaub, ich weiß, was das ist für ein Ding. Ein bisschen kenn ich die Schätze hier noch, weil... Oh, da hab ich damals ein Video gemacht. Für, ähm... Da konnte man immer wieder die Kiste kriegen. Mit dem Server-Hop-Add-on gab's hier bestimmte Kisten, die man holen konnte und konnte sich ewig viele Garnitionsressourcen erfarmen. Und auch so Splitter konntest du dir ewig viele holen. Ah, das weiß ich noch. Das weiß ich noch. Eigentlich war's eine ganz nette Zeit hier. Warte mal, das ist, glaub ich, eine Etage drüber, oder? Ah, das könnte... Könnte hier die Etage drüber sein. Schauen wir mal. Nee, das geht da hinter. Wo ist denn das Ding hier? Ist das oben? Nee, da hinten ist nix. Ich glaub, das muss fast oben sein, ne? Weil da unten war's nicht. Ich hab nämlich, ähm... Eigentlich einen Haufen Add-ons, die mir die Chords anzeigen. Aber jetzt im Pre-Patch geht's sehr, sehr viel nicht. Also das scheint... Scheint nicht hier zu liegen, ne? Okay, dann gehen wir mal aus der Höhle raus. Okay, warte. Wo ist mein Handauflegen? Ja. Okay, ja. Ich hab... Ich hab grad vergeblich mein Handauflegen gesucht. Äh, so viel da... Oh, warte mal, wo bin ich denn jetzt? Ah, dahinter muss ich. Das ist anscheinend draußen, ne? Das muss wahrscheinlich oben drüber liegen. Ähm, warum hab ich... Ah, da ist mein Handauflegen. Jetzt ziehen wir das mal da hoch, dass ich das mal draußen hab. Ich wollte eigentlich mir das Handauflegen drücken, hab's aber vergeblich gesucht. Das ist oben im Käfig, okay. Danke dir für den Typ. Und das hier ist, glaub ich, in dieser... In dieser einen Höhle, weißt du, wo du ewig runterlaufen musst. Noch eins. Das ist draußen. Ja, vor allem hier wird's wahrscheinlich frickelig, weil das lauter Höhlen sind, ne? Und da muss man dann immer ein bisschen gucken. Da muss man dann ein wenig gucken. So, warte, da haben wir der Eingang. Da wird's dann frickelig. Ähm, ja, es ist... Ich würde euch raten... Ach, da hinten muss ich lang. Ich würde euch raten, dass ihr im Moment nicht viel Zonen switcht. Denn es backt grad einiges bei Blizzard rum. Leider. Leider, leider. So, jetzt gehen wir aus der Höhle hier einmal raus. Das muss nämlich oben drauf sein, wurde mir grad gesagt. Ähm, die haben irgendwelche technischen Probleme. Und ich hatte ja eben, als ich mit einem anderen Chart diese Pre-Quests gespielt hab, schon ewig viele Probleme, bin oft rausgeflogen und hin und her. Und immer, wenn du Server switchst, ist anscheinend da... Warte mal, bringt die Kisten dann auch EP? Das sind nämlich... Ah. Das sind nämlich, ähm... Ah, das ist nämlich nice. Das sind nämlich Kisten, die immer wieder spawnen. Die kannst du theoretisch so oft wie möglich aufmachen. Wenn jetzt das X-Film-System noch gescheit funktionieren würde, dann könnte man theoretisch an einer Kiste stehen und die immer wieder aufmachen und durchhoppen. Wenn das gehen würde noch, ne? Das ist gut zu wissen. Ja, gut. Ich weiß jetzt nicht, was da los ist, ne? Vielleicht werden sie auch grad gehackt oder irgendwas. Oder gedidosst. Jetzt, ich würd da nicht sofort mit nem... Mit nem Knüppel auf Blizzard draufhauen. Ärgerlich ist es halt dennoch, ne? Du wirst... Vor allem, ich denk mal, heute wollen halt einige, wie ich auch vorher, dieses Pre-Event spielen, locken ein. Und, äh... Dann kannst du das Pre-Event halt nicht durchbasteln, weil jenes backt und so. Das ist nervig, das versteh ich schon. Aber ich würd jetzt nicht, äh, den... Die Mischgabeln rausholen und die fackeln da einmal auf Blizzard drauf, weil das find ich dann auch ein bisschen übertrieben. So, und hier muss irgendwas im Käfig sein, meinst du? Ah, doch, da kann ich mich erinnern. Das war ein Trinket, ne? Das war dieses Herz. Genau, das war ein Tank-Trinket, das du hier gekriegt hast. Das war gar nicht schlecht für einen Load-Twink. Mit den Load-Twinks hab ich das angezogen. Hm, Ausdauer-Vielseitigkeit, genau. Tank-Trinket. Ah, so ein paar Sachen kann ich mir noch entsinnen. Lang, lang ist her hier. So. Mit allen... Okay, gut, wie viel Schaß hast du? Das ist jetzt die Frage. Mit allen Schaß, ja, knackig. Oh, fuck, Fallschaden? Huuu! War knapp. So, jetzt haben wir uns mal Handauflegen drauf. Hallo? Das ist der Retz. Warte mal, das ist gar nicht Handauflegen. Moment. Wie sieht... Ah, hier ist Handauflegen. Oh, ich hab den komischen Retz da rausgezogen. Ja, gut, jetzt wollen wir auch kein Handauflegen mehr. Da hinten ist der Schädel drin. Da haben wir einen... Was, 43... Hast du das Prevent... Warte mal, bist du heute früh aufgestanden, hast du bis jetzt Prevent gemacht? Weil, also eine halbe Stunde dauert das ja schon. Oh, gut, vielleicht kannst du das irgendwann eine Viertelstunde durchziehen, wenn du... Ähm... Wenn du das mittlerweile innen auswendig kennst, ne? Das glaube ich dir. Aber trotzdem, du bist ja ewig unterwegs mit 43 Chas. Vor allem, warum? Warum machst du das mit so vielen Chas? Farmst du das Gier dann? Oder was für einen Hintergrund hat das? Meister von Hornet, Chas. Ja, ich wollte grad sagen, du musst ja eigentlich seit heute Morgen, äh, am Durchziehen sein. Anders, anders geht's ja nicht. Ja, krasse Scheiße. Ja, Hut ab! Ich, ich fühl grad den Schmerz, den du haben musst, ne? Er, er sagt hier, dass er es, dass er es 42 Mal gemacht hat und jetzt schreiben die Leute, ja, kannst du skippen mit einem Twink. Äh, ja, ich werd's auch skippen. Also ich werd's jetzt nicht 42 Mal mit irgendwelchen Twinks machen, und da hab ich ganz sicher nicht vor. Und ich seh, ich seh's auch gar nicht ein, mit irgendwelchen Twinks zu machen. Warum soll ich das machen? Ganz ehrlich, das Gier-Farmen will ich nicht, weil, ob ich jetzt mit irgendeinem Gammeltwink das Gier hab oder nicht, ist sowas von wurscht. Also, weißt du, da seh ich jetzt nicht den Mehrwert drin. Also für mich nicht. Weil ich die Chas nicht, äh, sonderlich aktiv spielen werd. Ich hab so viele Chas, das sind für mich nur ID-Chas. Und keine, die ich jetzt großartig spiele, dann brauch ich die auch nicht gieren, ja. Vor allem fürs Leveln brauch ich sie nicht gieren, weil die dann nach ein paar... Klar, wenn du dir jetzt das Gier holst, die ersten paar Level wirst du dir leichter tun. Das ist sicherlich richtig, ne. Aber das ist es mir nicht wert, da in die Chas-Zeit zu investieren. Da hab ich schon noch zu viele andere Dinge zu tun. Unter anderem jetzt erstmal die noch hochzubasteln. Und wenn ich dann gar nichts mehr zu tun hab, dann kann man sich das immer noch überlegen. So, wo war das Ding jetzt? Ist das wieder in der Höhle drin, oder? Äh, Cave Entrance. Ja, super, das ist da... Irgendwo da unten muss eine Höhle sein. Hier wahrscheinlich, oder? Ah, ja. Ähm, wenn man natürlich ein Add-on hat, das einem die Dings... Obwohl, hier oben hab ich zumindest eine Anzeige. Bloß, ich hatte sonst immer auf der Karte eine Anzeige. Und das war natürlich viel, viel praktischer, weil da bist du mit dem... Da hattest du eine Anzeige, wo der Maus-Cursor ist, ne. Und dann bist du einfach rum und bist du da an dem Punkt warst und bist dann da hingelaufen. Das war halt praktisch. Ähm, und wie kannst du das jetzt skippen? Vielleicht mal, dass das mal alle... Dass das ich erfahre, beziehungsweise alle Leute erfahren. Das wäre sicher jetzt von Interesse für einige. Musst du da mit irgendwem quatschen, dass du skippen kannst? Schicksal, diese Kohlensäure macht mich kaputt. So, ach, das Auge konntest du rauslösen, dann hat das ein Gem gekriegt, ne. Wie meinst du, Handy-Notes-Re-Interesse? Ja, ja, das ist das Add-on, das ich hab, das das anzeigt, aber ich mein, ähm... Wo waren das? Hier haben wir das... War das nicht ein Toy? Ja, genau, das war ein Toy. Das ist, glaub ich, sogar mit Verwandlungseffekt, ne. Das kennen gar nicht so viele. Nö, das hab ich ja sowieso drauf, die Schätze. Ach so, du kannst sie quasi annehmen und dann direkt mit dem Quatschen und kannst dann quasi skippen. Okay, das ist ja ganz cool eigentlich. Da musst du da nicht viel machen. Oh. Hm, okay. So dachte ich's mir eigentlich schon. So ist es ja mit dem Legion, ähm... Pre-Event auch quasi im Moment, ne. Du kannst ja direkt im Hafen von SW hier einmal mit dem Quatschen oder auch vor EUG dann als Hordler und dann skippst du. Das ist eigentlich gut gelöst. Das ist gut gelöst. Ja, wenn sie es da auch so machen, dann passt das. Weil, äh... So atemberaubend war das Event jetzt nicht, dass ich es jetzt mit jedem Charme machen müsste. Ich denke mal, da wären wir die meisten beipflichten. Ach, schau mal, da sind zwei gleich nebeneinander. Das ist ja wunderbar. Ja, wenn ich jetzt erholt wäre, dann würde es natürlich ein bisschen fixer noch gehen, aber auch so ist es schon relativ zügig. So. Warte mal, ich fliege erst mal da runter noch. Dann nehmen wir die beiden, die drei, und dann können wir den Rest hier noch mal an dem Forstfeuergrat noch. Und dann denke ich mal, da sind wir schon relativ weit. den Forstfeuergrat. Im Forstfeuergrat kenne ich zumindest die ganzen Dinger in- und auswendig. Das ist das Gute an der Stelle. Wo war das? Ah, ich glaube, das konntest du nur looten, wenn du hier auch die Quest gemacht hattest. Oder? War das auch so eins? Komplett? Ah, schau, genau, du musst nämlich Part 3 von der Quest 3 vervollständigen. Schau, das wusste ich sogar noch. Das wusste ich sogar noch. Das war auf dem Turm oben. Oh nee, da kann ich jetzt wieder irgendwelche Gammelmobs umbatschen. Schau mal, da ist sogar noch so eine Kiste. Eigentlich müsste ich die Kisten auch immer mitnehmen, ne, weil die vorher hat ja auch EP gebracht. Und das sind die, die immer wieder spawnen. Eigentlich müsstest du dir noch die Map von den Kisten draufziehen und diese Kisten noch mit zusätzlich nehmen, ne. Das wäre eigentlich, und dann könntest du wahrscheinlich, also ich weiß jetzt nicht, was die für eine Respawn-Zeit haben, ne, diese Kisten. Aber dann könntest du theoretisch, ähm, ständig hier die Kisten abfliegen und wahrscheinlich, ja, die bringt halt auch 19.000, wie diese normalen Items, ne. Die sind hier überall verstreut in den ganzen Gebäuden und überall drin. Da müsste man sich dann auch nochmal irgendwas besorgen. Das wäre eigentlich ideal. Da ist der Boss drin, glaube ich. zu weit entfernt. Ah, ne. Ah, die tötet ich nicht alle, das dauert viel zu lang. Laufen einfach aus dem Lager raus. So, mein Zweitscharme muss ich wieder zum Schar des Zorns einmal stellen. Versuchen wir mal, nichts zu adden. Vielleicht komme ich aus dem Kampf raus, wenn ich Glück habe. Na, komm. Ah, seht ihr? Outrangen. 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 Ja, eigentlich ist das ideal, ne. Hallihallo. Hey, grüß dich. Ähm. Das könnte man echt machen. Das könnte man echt machen, ne. Aber es gibt ja von diesen Kisten relativ viele, ne. Also, die quasi immer wieder spawnen. Okay, dass sie behoben sind. Ja, also, jetzt funktioniert bei mir im Moment alles. Schau mal, da ist auch wieder so eine Kiste. Also, das ist quasi so ein Schatz, ne. Und das andere da drüben ist so eine normale Kiste, die immer wieder spawnt. Könnte man gucken. Da gibt's in den Legern hier immer relativ viele. Hier. Ja, die bringt halt genauso viel EP. Das ist eigentlich schon ganz gut. Ups, die kannst du knicken. Da slown die ein. Schau mal, an dem Turm. Da auch nochmal. Schau mal, da oben ist auch nochmal eine Kiste. Es ist krass, hier liegen verdammt viele Kisten rum. Wenn du die ganzen Spots weißt, ne, dann könntest du theoretisch darüber wahrscheinlich auch krass leveln. Das, das wurde mir gar nicht angezeigt. Schau, das bringt auch nochmal 19.000. Also, hier liegt sogar noch mehr Zeugel rum. Das sind wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob die Kugel auch was war, was wieder spawnt. Die muss ich anscheinend doch töten. Hilft alles nix. Oh, ich hab den Boss gepullt. Oh, fuck it. Okay, der hat mich gekillt. Ich hoffe, dass es jetzt nicht so weit weg ist. Aber da kann ich wahrscheinlich mich wieder beleben, ohne zu verrecken. Es ist, da könnte man für echt was draus machen. Jetzt überleg mal. Also, ich weiß nicht, wie lange die Kisten spawnen, aber jetzt lass die mal fünf bis zehn Minuten Respawn-Time haben. Jetzt mal gut angesetzt, ja. Dann könntest du da eigentlich echt verdammt effektiv EP farmen, ne? Hm. Hier haben wir nämlich auch nochmal eine. Das müsste man echt halt mal testen. Das müsste man mal testen. Also, in dem Lager gibt es wahrscheinlich sogar noch mehr Kisten, ne? Ach, sieben, okay, sieben Minuten geht echt klar. Wenn du da jetzt eine Route hast, ne? Weißt du, die sind ja im halben Gebiet, die Dinger. Und hier ist ja kein Schwanz mehr, ne? Also, es ist ja wirklich niemand hier mehr unterwegs. Wenn du jetzt die ganzen, also diese Kisten, die auch noch raussucht, da gibt es bestimmt auch von Handynotes auch nochmal, äh, nicht die Schätze, sondern quasi die normalen Kisten. Äh, wenn du da eine Route raussuchst und die abfliegst, dann kannst du das ja quasi bis zu Unendlichkeiten noch viel weiter machen. Und dann kannst du ja, ähm, warte mal, ich hab gar nicht geguckt, ob das Minimum-Item-Level noch drin ist, aber ich nehm mal an, dass das schon noch drin sein wird. Dann kannst du das ja quasi so lang basteln, wie du lustig bist. Hm, wäre, das wäre vielleicht echt eine Option, ne? Ja, genau, die kannst, also zumindest war es immer so, dass du mit 100 das aufmachen konntest. Gut, davor, du kommst auf 100, aber easy mit den anderen Sachen. Also das, das auf jeden Fall. Mit dem Char bin ich ja auf 103 alleine mit den anderen Zeugen gekommen und ich hab ja immer noch eins offen. Okay, hier sind ziemlich viele Sachen drin. Ah, fuck, das ist da oben. Das ist einmal ganz, da muss ich einmal außen rum latschen. Ach, schau mal, da ist auch wieder so eine kleine, ne? Das sind lauter so extra Dinger. Und hier muss ich irgendwie hochjumpen. Warte mal, da muss ich wahrscheinlich so hoch. Komm ich denn da jetzt? Soll ich da so rüberkommen? Ah, nee, du musst hinten rum, okay. Du musst da hochlaufen. Mhm, I see. Mobs interessieren mich jetzt eigentlich mal gar nicht. Komm ich da hoch? Ah, ja. Warte, wir drücken hier Freedom. Warte mal, komm ich da hinter? Warte mal, warte mal, äh, komm ich wahrscheinlich wieder nicht mehr zurück, oder? Oh nein, hat er mich geslowed und ich spring dann nicht weit genug. Oh, ich hasse euch. Ich hasse euch. Solche Drecksvieh hier, echt. Hat er mich weggeslowed und dann bin ich, äh, nicht mehr weit gesprungen. Ich, ich dachte es mir, ich dachte es mir schon fast. Warte mal, wie komme ich jetzt hier wieder hoch? Ist er komplett zurück, oder was? Ah nein, ich hätte hier hoch müssen. Ach, scheiße. Diese, diese Dreckslowviecher. Okay, das war jetzt nix. Ich will jetzt hier nicht den ganzen Laden ausrotten, weil die bringen überhaupt keine EP und es dauert ewig die zu töten, ähm, weil irgendwie vom Scaling man relativ kacke ist. Okay, also ich muss quasi hier drauf springen. Darf ich das nämlich nicht wieder slowen? Oh, darauf kommst du nicht, oder? Das war jetzt blöd. Ich glaube, ich hätte da hinten irgendwo hoch springen müssen. Ups, komme ich da jetzt irgendwie hoch? Ne, da komme ich nicht hoch. Vielleicht irgendwie hier? Na, komm. Mit, mit Speedmount? Ne, da kommst du nicht hoch, okay. Gott, kannst du, kannst du knickeln. Ich muss, ich muss da ganz außenrum wieder. Oh, I love it. John, hey, grüß dich. Du musst, du musst den kompletten Movement Part machen, aber da muss ich den, den hier wegnehmen. Das ist nämlich ein Caster, der mich frostet. Äh, der, das haben die wahrscheinlich hier extra eingebaut. Der frostet einen und dann hast du Arschkarte gezogen. Dann fliegst du runter. Dann fliegst du einmal runter. Na gut, den Fisch kann ich drin lassen, der ist ja wurscht. Oh, scheiße, hier wieder so ein Kleingepult. Oh, da kommst du auch nicht hoch, oder? So, jetzt bin ich zumindest hier schon mal. Ich glaube, oh, fuck it. Shit. Aber da kann ich hinten hochlaufen. Ich glaube, du musst schon da hinten rum. Ich glaube, du musst nämlich hier dann, ich glaube, da musst du hier außenrum nochmal irgendwo, oder? Dass du zu einem anderen hinkommst. jetzt schauen wir mal, ob ich hier richtig, was ist das für einer? Okay, das ist irgendwie so ein Skelettanzwurst. Wahrscheinlich bringt der aber auch keine EP, ne? ne, ich glaube, ich laufe jetzt gerade hier umsonst rum. Oh, fuck it, das war dumm. Ja, ich, ich kriege gerade richtigen Hass auf die Höhle. Okay, hä, wie soll ich denn da hochkommen jetzt, bitteschön? Hä? Wie, wie zur Hölle komme ich denn da hoch? Wahrscheinlich gar nicht. Bin ich hier wieder in dem Wasser. I love it. Äh, ich glaube, äh, ich sollte das sein lassen. Du pulst halt hier alles zusammen. Okay, aber darüber komme ich da, wenn ich da hochspringe? Wahrscheinlich nicht. Mit, mit meinem, aber da kommst du noch niemals, da kommst du niemals rüber. Da muss, ich muss da hinten rum. Anderen Weg gibt's nicht. Du musst da echt rumlaufen. Also, keine Ahnung. Vielleicht stelle ich mich einfach zu blöd an. Das mag natürlich auch sein. Aber da, also da kommst du niemals hoch. Schon mal, das ist viel höher. Da, da brauche ich gar nicht dagegen springen. Warte, vielleicht, vielleicht packe ich es mit einem Pony. Okay, das dachte ich mir schon, da kommst du nicht hoch. Also, mit, mit, selbst mit einem Speed Pony komme ich nicht hoch. Aufmountain wäre halt am coolsten, wenn du hier drin könntest. Schauen wir mal, ob ich hier irgendwie mich hoch baggen kann. Ah, das sieht aber schlecht aus. Gibt's nicht irgendein Spielzeug, das dich in die Luft schießt? War da nicht sowas? Gibt's da nicht so einen komischen Helm? Hier kommst du leider auch nicht hoch. Da gab's doch irgendwie so einen, so einen komischen Raketenhelm, oder? Warte mal, jetzt versuchen wir. Es geht im Kampf nicht. Warte mal. Ich kann den Raketenhelm, warte mal, Inkompetenz tun wir jetzt durch Toys ausbessern. Eigentlich müsste ich den Fisch hier übelst schnell kaputt hauen, aber irgendwie will der nicht. Also, wenn wir den Schars am Spawnen hauen wir den Scharfix einmal an. Und dann hauen wir die Fische kaputt, und dann packen wir meinen Raketenhelm aus und schauen, ob backt der jetzt da in der Wand drin? Ernsthaft? Komm, willst du da mal rauskommen? Ich kann den nicht mit dem Schild anvisieren, weil der in der Wand drin... Ah, I love it. Okay, der Fisch ist tot. So, und jetzt probieren wir unseren Raketenhelm aus. So, wahrscheinlich werden wir direkt an der Decke anstoßen, das wird uns gar nichts bringen. Ach, fuck, das kannst du nur draußen benutzen. Du hast dich die Viecher umsonst gekillt. Okay, das hätte ich mir denken können, dass du den Raketenhelm da draußen benutzen kannst. So. Wie soll ich da... Wie zur Hölle soll ich da jetzt hochkommen? Vielleicht... Warte mal... Ah, ich hab ne Idee. Da? Hoch? Hm, sieht schlecht aus. Den muss ich wahrscheinlich pullen, ne? So, warte mal, ich hab jetzt ne Idee, wie es gehen könnte. Oh man, ich bin so ein Vollidiot. Ich dachte da, dass ich da nicht hochkomme, weil das zu steil ausgesehen hat. Hopp, hopp, hopp. Oh, ich hab's geschafft. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt irgendwas anderes gemacht hätte. Ernsthaft? Ich dachte mir, der kickt mich jetzt ins Nirvana. Hab ich die EP jetzt gekriegt für den? Warte mal, der kickt aber hier rum, ne? Der Mob. Eigentlich will ich den gar nicht töten. Der bringt wahrscheinlich eh keine EP, weil den Loot will ich nicht. Ich muss näher heran. Das ist doch halt ewig, den zu töten. Ja, das machen wir jetzt nicht. Holen uns die Kiste hier noch und dann bloß raus aus dem Scheißdreck hier. So, die eine, eine Kiste irgendwie bin ich überfragt, wie ich da rankommen soll. Die ist nämlich, äh, hier drin, quasi. Da ist nämlich noch ne Kiste. Warte mal. Vielleicht hier irgendwo hoch? Also, das ist das Einzige, was ich mir vorstellen könnte. Naja, aber wie, wie sollst du denn da hochkommen? Also, und von der anderen Seite sieht es wahrscheinlich eher schlecht aus. Und da? Ach komm, komm, scheiß auf die eine Kiste. Dann mach ich jetzt wahrscheinlich eine halbe Stunde rum, bis ich zu der Kiste da komme. Es war jetzt hier eh schon viel zu lang in der Höhle, aber ich wollte jetzt mal gucken. Mit dem nächsten Char bin ich wahrscheinlich schon mal ein bisschen schlauer. Zumindest ein wenig. So. Eine Kiste im Verderben. Was haben wir denn hier noch? Die draußeren Teile sind wahrscheinlich ein bisschen, ein bisschen angenehmer zu machen. Na, warte mal. Sehen wir es mal. Ist das eben in der Hütte drin wahrscheinlich, oder? Warte mal, da kommt ein Mob, oder? Da hat gerade irgendwas geschrien. Ach, schau da. Das brauchen wir. So. Auf, auf und davon. So, und ich muss jetzt wieder im Char umloggen. Auf den nächsten. Halt, hier ist noch was. Da kann ich eine Leiche looten. Ich weiß nicht, ob ich die Leiche looten möchte. Was ist denn das im Wasser? Da wird eine Hydra beschworen. Hm. Ich glaube, die brauchen nicht. Weil die Mobs bringen keine EP. Also, das haben die schon so gemacht, dass du davon nichts kriegst. So, und das war ein bisschen tricky, das zu looten. Da musstest du an eine Stelle gehen und dann konntest du rein looten, weil das hat dich immer unterbrochen. Aber ich glaube, wenn ich bubble, kann ich's, oder? Hier, das kannst du nicht looten, wenn du... Du musstest an irgendeine Stelle hier hin, dass du die Blume looten konntest. Ah, okay. Weil du kriegst hier immer Schaden von diesem... von dieser... von dieser Zone quasi. Und nur an einer Stelle konntest du die Blume quasi von außen pflücken. Das ist ein bisschen blöd, warum die das gemacht haben. Keine Ahnung. Oh, ich glaube, das kann wir auch nicht. Ja, da musst du... Dings... 5 abanlocken. Ich mach jetzt die mal noch und dann... ähm... geh ich in die Höhle rein, würd ich sagen. Ah, das kann ich looten. So ein paar... ein paar von diesen Sachen... Ah, schau, Level ab. Jetzt sind wir 107. Kannst du halt nur looten, wenn du... ähm... wenn du diese... wenn du diesen Fortschritt hier in dem Gebiet gemacht hast, ne? Und das dauert halt ein bisschen. Das dauert ein bisschen. So, das war wahrscheinlich alles Zeug, was in der Höhle ist, oder? Jetzt schauen wir mal. Äh, Cave. Das ist auch Cave. Auch Cave. Okay, die drei sind in der Höhle und die beiden sind noch draußen. Dann holen wir erstmal die beiden, die noch draußen sind und dann gehen wir in die Höhle, würde ich sagen. Machen wir das schön nacheinander. Marcel, hey, grüß dich. Und was für ein Brunnen meinst du? Ich verstehe es jetzt immer noch nicht ganz. Irgendwie kann ich dir nicht hundertprozentig folgen mit deinem Brunnen. Luder, Luder. Die anderen... Dann könnte ich eigentlich nochmal zurückgehen und die einen... und schauen, ob die einen schon mal wieder respawned sind. Ich denke mal in den ganzen Legern, wo quasi diese... die Orks sind. Da sind überall diese Dinge. Das ist eine Frage. Ja, immer raus damit. Immer schön raus damit. Dann müsste ich mir vielleicht mal wirklich einen Add-on holen, dass diese Kisten anzeigen, mir so eine Route machen und diese Kisten. Also ich glaube, das könnte eine recht effiziente Sache sein. Könnte. Ich muss mit dem auch nochmal die ganzen Bonus-Ziele noch fertig machen. Ein PTR ist im Moment da und Beta geht, glaube ich... Also PTR ist, glaube ich, im Moment nix. Da ist gerade nix. Müsstest du, wenn dann auf den Beta-Server gehen? Oh nein, das war auch wieder so ein Gehopse hier, ne? Oh nein. Tja, jetzt werde ich nämlich werde ich wieder viel Spaß hier haben. Das sehe ich jetzt schon. Das sehe ich jetzt schon. Warte mal, da ist noch eins. Das muss anscheinend in einer anderen Höhle sein. Okay. Hier soll etwa eins sein. Wo ist denn das? Top of the cave. Schauen wir mal, laufen wir mal... Vielleicht muss man hier einmal komplett außen rum laufen. So, hier ist auf jeden Fall ein Ding in der Mitte. Also ich glaube, das ist in der Höhle, das orientiert sie nicht wirklich mitzunehmen. Gibt's so Lianen, ne? So, da hätte man von da drüben hinkommen können. Okay, warte, ich muss nochmal zurücklaufen. Also die, aber die vier gehen aber echt schlecht down, ne? Also die kriegen da kaum Damage. Schauen wir mal, wenn sie halt durch die Weile durchlaufen, vielleicht krepieren sie dadurch. So, also ich muss hier hoch. Ich hoffe die, jetzt muss ich über die Liane drüben. Oh, kacke. Oh, shit. So, okay. Dann haben wir schon mal das erste Ding. Shit, echt. Okay, das hätte ich gar nicht braucht. Sonst werde ich hier langsam verdroschen. Laufen wir da rüber. Äh, okay. Liane bringt irgendwie gar nix. Gut, okay. Gut, dass wir darüber gesprochen hatten. So, dann kann ich jetzt hier wieder hochlaufen. Ja, gut. Okay, wir finden unseren Weg schon. Ich bin guter Dinge. Ja, das habe ich schon gemerkt. Also die Cave, das, äh, das kannst du, glaube ich, ziemlich vergessen. Äh, was ist da oben? Komm ich da hoch? Ah, nee. Das muss ich über, über diese Dinger hier machen. Okay. Okay, do, okay. Ja, ich, ich sage mal so, ich mache es jetzt einmal mit dem Char. Und, äh, ich glaube, mit dem nächsten werde ich die Höhlen dann auslassen. Das, äh, da hast du schon recht, das rentiert sich nicht wirklich, weil du hier ewig am Rumbasteln bist. Okay, aber ich will jetzt, will jetzt einmal die Dinger holen. Oh, shit. Das war jetzt, oh nein, jetzt hat er mich runtergekickt. Okay. Ein Ding haben wir zumindest geholt hier. Die anderen, da musst du wahrscheinlich jetzt nochmal fünfmal über diese Dinger laufen. Ich glaube, ich gehe lieber dann rüber ins andere Gebiet, bis ich die jetzt alle noch geholt habe. Das dauert zu lang. Ich glaube, wir drücken uns jetzt einmal in Hand auflegen. Das wird jetzt zu lang dauern. Ähm, wir holen uns den Helm noch, würde ich sagen. Und dann fliegen wir mal hier rüber zum anderen Gebiet. Und neben der Wall nochmal hier, in dem waren, glaube ich, zwei, drei Kisten, die ich vorhin gesehen hatte. Die schaue ich, ob ich die jetzt nochmal mitnehmen kann. Das ist, denke ich, mal eine ganz gute Idee. Ja, wird das G'scheiteste sein. Hm, wird mal ganz schön verdroschen hier. Also am sinnvollsten ist eigentlich dann den Schar im Gasthaus stehen zu lassen. Gucken, dass er möglichst auf voll erholt wird und dann die Sachen aufmachen, ne? Weil dann kriegst du halt die dicke EP. So. Weil ich glaube, das ist nämlich noch in einer anderen Höhle drin. Wie man auf den Beta-Server kommt, ähm, du brauchst einen Beta-Key dafür. Sonst, ähm, wird das mit dem Beta-Server leider nichts. Also brauchst einmal den Key und dann kannst du auf den Beta-Server einloggen. Musst du halt gucken, dass du dir, ja, einen besorgst. Oh, das war die falsche Höhle. Also da ist nicht viel los in der. Oh nein, die netzen mich, aber ich hab ja Freedom. Ist das die andere hier vielleicht? Die hier? Eine größere Höhle? Ne, das scheint auch so ein kleines Ding zu sein. Oh, das ist eine Elite. Ah, stimmt, das war eine Elite-Handswurschen. Ja gut. Das scheint eine größere Höhle zu sein. Die könnte die richtige sein. Ja, da ist was drin. Sind da beide Teile drin? Ne, da ist nur eins drin, ne, das andere. Die hast du damals für diese Ruf-Fraktion gebraucht, ne, die hab ich dann zu Tode gegrindet. Wie fand ich Legion? Äh, als Addon gar nicht so schlecht an sich. Es sind einige Mechaniken dazugekommen, die ganz cool sind. Ähm, wobei ich sagen muss, manches war auch ein bisschen, ein bisschen nervig. Du, du hattest fast manchmal ein bisschen zu viel zu tun, ne? Weißt du, was ich mein? Also, und vor allem dieser Artefakt-Powergrind, das fand ich natürlich nicht gut, ne? Das, äh, weiß ich nicht. Ich glaub, das hat den wenigsten Spaß gemacht. So, dann, die anderen, also die, das lass ich jetzt in der Höhle flacken, keine Ahnung, da komm ich jetzt so schnell nicht ran. Ich flieg jetzt mal hier über das Lager drüber, einmal zum Frostfeuer, grad da weiß ich, wo die ganzen Dinger sind, nämlich auch. Und, ähm, mal schauen mal, ob die Kisten nachgespawnt sind, ne? Ob das funktioniert, so wie wir das uns vorstellen. Schauen wir mal, dann Semmasha. Sonst kann man halt, ich weiß nicht, ich denk mal hier in den, in verschiedenen Legern, ähm, vor allem da und hier, ne? Wären relativ viele Kisten rumflacken, kann ich mir vorstellen. Und, ähm, wenn du da, äh, quasi in der Map hast, da gibt's bestimmt nochmal extra was für Tannan-Dschungel, wo du gucken kannst. Schau, da liegt zum Beispiel auch schon wieder so eine Kiste, also die kein Schatz ist, die aber so eine extra Kiste ist. Bringt halt genauso viele P wie den Schatz, ne? Und spawnt halt nach. Da war halt, da hast du halt damals auch immer mitgenommen für die Ding. Schau, ah, da liegen halt echt viele Kisten rum. Ich glaub, das ist fast sinniger, als die Schätze zu farmen, einfach diese, diese nachspawnenden Kisten zu holen. Ich weiß jetzt nicht, ob hier auch nochmal eine irgendwie rumflackt. Weiß ich halt letztendlich nicht, wo die, wo die sind. Da müsste man sich halt ein Dings holen für, äh, ein Handy-Notes-Teil. Ist hier noch eine Kiste? Wahrscheinlich ist da drin, aber in der Höhle werde ich jetzt nicht reinfliegen. Ne? Hier war, glaub ich, ein Rare-Mob damals, ne? Gut, also, zwei waren da auf jeden Fall schon mal in dem Lager, ne? Und die konntest du beide looten, ohne dass dich die Mobs großartig eingegriffen haben. Also, das ist eh schon mal gut. Da hast du es eh schon mal gut. Also, hast du hier auf jeden Fall welche. Da hab ich auch welche gesehen, hier auch. Und hier sind, glaub ich, auch einige Kisten. Also, da kannst du dann, denk ich mal, schon eine ganz gute Runde fliegen. Da müsste man mal gucken, ob es da so ein Addon für gibt. Aber jetzt fliege ich erst mal dann noch zum Frostfeuer gerade rüber und schau da dann nochmal. Dann müsste man sich halt überlegen, ja, ob man, ob man damit dann sinnig hochleveln kann. Also, hier seht ihr, da haben wir schon mal die erste Kiste. Ach, komm, den killen wir fix. Der hat ja nicht viel live. Ah, super, da kommt der nächste an. Ah, eh, hate it. Das ist immer so, du willst nur einen schnell töten, puls den nächsten. Und willst du den schnell töten, puls den nächsten. Irgendwann hast du das halbe Lager ausgerottet, bevor du einen Teil gelootet hast, ne? Ah, ein bisschen Ätzen. So, hier einmal reingelootet. So, wo hatte ich noch was gesehen? Da drin war eigentlich noch was, aber ich weiß nicht, ob das auch wieder so ein Ding war. Und da an der Ecke war auch eine Kiste. Ah, anscheinend spawnen die aber immer auch woanders, ne? Also, hier haben wir jetzt noch eine. Also, wenn ich die versuche zu looten, dann habe ich wahrscheinlich das halbe Lager am Arsch. Ah, Glück gehabt. Meistens waren da drin auch welche. Was haben wir hier damals zum Essen? Da oben. Da jetzt mal auf Verdacht reinfliegen, aber das will ich eigentlich nicht. Hm, nee, ich fliege da jetzt nicht aufs Verdacht rein. Schauen wir mal, ob wir hier noch irgendwo eine Kiste sehen. Wenn ihr eine seht, müsst ihr schreien, ne? Ich höre es zwar nicht, aber ich sehe es dann zumindest im Chat. Nee, also hier habe ich jetzt keine gesehen. Wahrscheinlich sind pro Lager immer so um die zwei, ne? Kann ich mir gut vorstellen. Gut, okay. Dann lassen wir das Gebiet jetzt erstmal hinter uns. Und ich fliege einmal hier hoch. Und derweil kann ich ja mal gucken, ob es ein Handy Notes für Dings gibt, für Tannern. Handy, ich weiß gar nicht, schreibt man es zusammen? Doch, zusammen Notes. Und zwar, warte, wir müssen mal ein bisschen kalibrieren. So, da wollen wir etwa hinfliegen. Dann schauen wir mal. Also, Dungeon Locations brauchen nicht, Time is Icebring auch nicht. Sommer Festival auch nicht. Äh, Vergarten, Nebukurai, warte mal, ist jetzt wahrscheinlich nicht wegen dem Overlay. Halloween, nein, Panda Treasures, Legion, Order Horse, Horoma, Treasures, warte mal, da war, kann ich das ein bisschen größer machen? Treasures, Legion, Demon Hunter, Treasures, Pandaria, Higher Learning, Guilt, Timeless Ice nochmal, nochmal, wie viel Timeless Ice gibt es denn hier? Und, also, da gibt es wirklich richtig viele. Ja, aber das ist jetzt keins, das genauso heißt, aber vielleicht gibt es eins für kleine Kisten, weißt du, vielleicht finde ich nahezu eins, aber da muss ich dann im Speziellen nochmal gucken, das mache ich dann später. Boah, das ist jetzt, ähm, aber du hast den Trank, den du nicht verkaufen kannst, oder? Also, du musst ihn quasi, äh, auf dem Account nutzen. Boah, ich bin echt am überlegen, wo du ihn am besten benutzt. Schwierig, schwierig. Okay. Du, du, du könntest ihn natürlich in Drenor benutzen und meine Elf-Minuten-Taktik hier machen, weißt du, mit den Bonus-Zielen vormachen und dann raushauen, aber eigentlich ist Drenor eh so eine schnelle Geschichte, ne? Also, hm, ich weiß, ich weiß es nicht, also, ich würde ihn fast Wattel-BC benutzen, weil das eigentlich am längsten dauert, dann kannst du es dann vielleicht ein bisschen angenehmer machen, aber das ist, denke ich mal, auch von persönlicher Vorliebe abhängig. Also, wir springen da einfach mal runter und benutzen die Bubble, oh, ne, da unten sind auch Mobs, ne? Ich muss da irgendwie runterkommen, ohne die Mobs zu adden. aus dem Kampf kommen. Ah, da sind wir noch im Kampf. Na komm, pass mich aus dem Kampf raus. hier ist eigentlich relativ überschaubar, da außenrum geht es immer relativ zügig. Bloß, ähm, Bonus-Dinger bringen quasi nix, ne? Also, eh, die Bonus-Ziele. Ich weiß nicht, aber der geht, warte mal, der Trank, den du hast, der geht ja nur bis Level 90, oder? Der seelengebundene war, glaube ich, nur bis Level 90 und der andere war bis 100, soweit ich, soweit ich das jetzt nur in Erinnerung hatte. Oder? Schau mal drauf, was da für eine Levelbeschränkung draufsteht. Dann musst du ihn auf jeden Fall vorher noch benutzen. Bis 84. Ah, okay, dann ging er sogar nur bis 84. Stimmt. Ja, dann würde ich ihn für den Wattel-Content nehmen. Ähm, ja, habe ich schon gespielt. Das habe ich vorhin sowohl mit Horde als auch Allianz gespielt. Ich habe zwar ein paar kleinere Probleme gehabt, weil ein bisschen was rumgepackt hatte, aber mittlerweile habe ich es durchgebastelt. Mittlerweile habe ich es einmal durchgebastelt. Die kommen schon gar nicht mehr, die Viecher. Musst aber alle töten, dass du hier quasi das Ding einmal aufmachen kannst. Ja, war ganz okay, aber ehrlich gesagt, das Ding hat mich nicht von den Socken gehauen. Das First-Try unbesückbar? Nicht schlecht. Hä? Habe ich das jetzt schon geloogt? Ach ne, da ist das Ding. Da ist das Ding. Das ist auf jeden Fall nicht so verkehrt. Das Einzige, was du halt jetzt nicht mehr hast, ne, mit, ähm, 100 aufwärts, ähm, ist diesen Level-Trunk, ne, den hast du halt nicht mehr die 20% mehr und das ist nur ganz praktisch. Ähm, ich glaube nicht, du musst es nur mit einem spielen, aber ich spiele es lieber mal mit beiden, nicht, dass ich wieder irgendwelche Heldentaten und Sachen nicht kriege. Das war das letzte Mal ein bisschen eine Problematik bei anderen Events, deswegen mache ich es lieber jetzt immer mit beiden und habe da nicht das Problem, dann quasi gehe ich auf Nummer sicher, weil, ähm, hier bei dem Terramor-Event, ne, hast du ein Item gekriegt, was kein Spielzeug war und das war irgendwann, ähm, später dann quasi ein, ja, später dann wurde es zum Toy und dann habe ich das jetzt nicht mehr gekriegt, weil ich das mit Horde nicht gemacht habe und Ali hat kein Toy gekriegt, das ist total, total dämlich. Total dämlich, ja. Ich weiß auch nicht. Bissin macht teilweise blöde Sachen. So, wo ist das Ding? Irgendwo hier, ne? Und die Rübe ist in der Höhle drin. Naja, die weiß ich zum Glück jetzt wieder alle auswendig, die Teile. Da geht es relativ zügig. Was ist das Mythic Mount aus Dingen? Hast du es mit der Gilde quasi gefarmt oder, ähm, hast du es dir gekauft? Und raus aus dem Laden. Stimmt, ja, du siehst die Story von beiden Seiten, das hat schon was auch für sich. Das auf jeden Fall. So. Schauen wir mal, dass wir hier rauskommen, oder dass wir irgendeinen Viech bekämpfen müssen. Und dann ist nämlich der, der Notfallfluchtweg. Schauen wir mal, ob wir hier rauskommen aus dem Kampf. Ja, wunderbar. Ach, das Mythic Mount aus BFA. Ja, ich habe nur den Anfang gelesen. Ihr wisst ja, ich muss immer gucken, dass ich einen kurzen Blick nur drauf werfe, weißt du, auf den Chat und dass ich hier wieder weitermache, weil wenn ich die ganze nur Chat lesen würde, ist ja auch blöd. Was guckt mich denn da an? So, das brauchst du nicht looten, das auch nicht, das ist ein Kack. Hier, die Sachen brauche ich. Mal gucken, ob das mit dem Level noch was wird. Schauen wir mal, schauen wir mal, dann selber schon. Ich glaube, das hier bringt auch keine EP, hier, ne? Ja, wobei, aber so lange dauert es nicht. Also, mit einer halben Stunde bist du auf jeden Fall durch, wenn es kein Server-Bug ist, wie es bei mir vorhin der Fall war. Und sonst, denke ich mal, wenn du zügig bist eine Viertelstunde, dann hast du den Kack eigentlich. Base, hey, grüß dich. So, warte mal, wo ist das Teil? Hier. Da haben wir es. Was ich halt auch noch machen könnte, ist theoretisch in, ähm, in Leechien diese, ähm, Bonus-Ziele, die quasi, oder halt, ähm, die noch rumflacken, ne? Da hast du ja auch noch ein paar. Alleine in, in Dingshammer habe ich noch drei in Valshara, ne? Und, ich glaube, das im Sturmgipfel habe ich noch nicht gemacht und das in, Ding habe ich auch noch nicht gemacht mit dem Chai hier. In, wie heißt's, äh, in Asuna, also sprich, sind's Fünfe, die ich noch hätte, bringen die so 70, 80.000, bringt da eins. Ja gut, das ist halt auch wieder, das ist auch wieder ein Dreiviertel-Level, was du dadurch machst, ne? Joa. Ui, immer diese Lidscher. Eieiei, ich würde das ja niemals machen, ne? Niemals. Ich verstöße gegen meinen Ehrenkodex. Ich würde jetzt gerne zwinkern, aber ich kann nicht zwinkern, deswegen lassen wir das jetzt mal. Aber ich muss den Mob da ein bisschen wegziehen, sonst liegt er in dem Shit drin und dann kann ich's nicht rauslooten. Das ist nämlich so ein ganz winziger Knochen. Schau da, das ist der Knochen, ein bisschen nervig. Sag, hier rippiert er, dann schau, du kriegst, also für EP kriegst du für die Mobs keine mehr, also das haben sie mittlerweile so hingebastelt, weil die ja, also weil die die ja quasi ausgelevelt haben, aber halt für diese Bonus-Objects kriegst du halt gut, ähm, noch EP, ne? Ich glaub, das ist auch gewollt, dass sie die erhöht haben, weil heute hab ich jetzt auch noch mal auf dem Beta-Server getestet, du kriegst sogar für die Legion-Kisten EP. Und das ist schon nicht schlecht. Ich glaub, die spawnen auch sogar wieder, ne? Die Legion-Kisten, die kannst du auch nicht nur einmal aufmachen. Was? Wo bin ich denn abgeraged? Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich abgeraged bin. Wo komm ich denn jetzt hier aus dem Kampf raus? Könnte schwierig werden. Ich kann da in die Ecke reinhompeln und schauen, also weiter kann ich jetzt nicht laufen, ohne dass ich mehr trigger. Der jetzt mal resetten. Ah, der läuft weg. Auge. Ich hab das Auge, das... Du dreckiger. Du dreckiger. Hast du da echt den Schattenblitz von da aus? Ach komm, den krieg ich nicht outgeranged. Den muss ich wohl killen. Das hilft alles nix. Dieses blöde Auge hat mich verraten. Habt ihr das gesehen? Auge von Killrock. Ja, ja. Du mich auch. Blödes Auge. So, das... Die Perle kannst du nur mit Angeln holen. Die brauch ich nicht. Ah, aber das brauchen wir, den Coin. Echt, haben sie die verringert? Das ist natürlich blöd. Kriegst du nur 60k? Ja gut, das sind... 60k werden drei von diesen Bonusdingern aufmachen. Dann hast du auch wieder 60k drin. Also das ist wirklich, glaube ich, das Beste, was du machen kannst. Ja, mal gucken. Vielleicht werde ich knapp noch 108 mit dem Zeugel hier. Und ja, dann sieht das schon mal ganz gut aus. Dann habe ich quasi noch fünf von diesen Bonus-Teilen, die ich machen kann in... ähm... BFA. Und dann, ja... Äh, nicht in BFA, in Legion quasi. Und dann, ähm... Ja, brauche ich vielleicht nur eine Invasion, ne? Dann habe ich es eh. Also ich glaube, mit der... mit der nächsten Invasion mache ich es dann so, dass ich die Invasion mache, plus diese Bonus-Dinger. Und dann müsste ich eigentlich das Level zusammen haben. Also kommt jetzt halt darauf an, wie viel ich jetzt hier noch kriege. Aber ich habe jetzt nur eins, zwei, drei, vier, fünf. Das kannst du nicht. Sechs, sieben. Das bringt auch nichts. Acht, neun. Neun Stück sind es. Ah, das könnte knapp werden. Das könnte knapp werden. Ich brauche zehn. Nein, ich glaube, ich habe eins zu wenig. Nee, der Erfolg für Fliegen in Dreno hat nie lang gedauert. Das Einzige, was halt ein bisschen... ein bisschen ätzend ist, du brauchst halt den Ruf, ne? Und wenn, dann spielst du den Ruf halt auf normalen Wege. Was bedingt, dass du halt relativ... Ja, gut, so lang ist es nicht, aber du musst halt deine Dailies machen und du musst halt immer wieder abwarten, bis die jeweilige ab sind. Also, das ist halt ein bisschen getimegated quasi. Oder du holst dir halt diese Male der Legion, die kosten aber doch ein gutes Sümmelchen, ne? Also, das sind halt die beiden Möglichkeiten, die du hast. Weiß ich nicht, das kommt halt auf dem Server drauf an, aber auf den meisten Servers sind es halt mittlerweile 10k aufwärts für eins von diesen Legionsdingern, ne? Dafür hast du den Vorteil, wenn du das einsetzt, hast du für jegliche Fraktion in WOD den Ruf, ne? Also, du quasi brauchst bei keiner dann den Ruf farmen und kannst es so hoch basteln. Das wäre halt die andere Option. Ja, wobei, also den Ruf zu farmen, man hat es halt damals auch gemacht und viel Aufwand ist es auch nochmal. Das ist jetzt auch nicht, also, die Mobs hau's sehr easy kaputt, ja? Das ist halt gar kein Stress. Das ist halt ein bisschen, ein bisschen Farmen, alle paar Dings, ne? 15k. Das kommt halt auf dem Server drauf an. Und auf manchen Servern ist es auf 10k, manche auf 20k und es gibt manche Server, ja, Spacereibt hier 35. Es ist halt Serverpreis. Das sind halt Items, die relativ limitiert sind, ne? Und deswegen ziemlich teuer. Ich empfehle euch, ja, wenn ihr alte Garni-Chars habt, die ein bisschen die Garni ausgebaut haben, farmt den Shit. Das lohnt, also, oder farmt das Zeug nicht direkt im Tannern-Dschungel, das würde ich nicht machen, ja? Aber, ähm, schaut mal zu eurem, zu eurer Garnison an den Missionstisch, da kriegt ihr die ab und zu als Mission. Dann könnt ihr einfach for free die Dinger holen. Ah, das ist natürlich ätzend. Ja, ich verstehe das. Man möchte ganz gern die Paragon-Mounts weghaben, dass man den Scheiß dann nicht in Battle for Azeroth mitziehen muss. Das war mir auch sehr, sehr wichtig, dass ich das Zeug weghab, weil du möchtest ungern alten Content weiterfarmen müssen, wenn es was Neues gibt. Über 100, ähm, es mögen 100 Stück bei dir im Aha sein, es ist trotzdem ein Item, das sehr limitiert ist, weil du kannst nicht, zum Beispiel, ein Erz vom aktuellen Content ist nicht limitiert. Wenn du willst, kannst du losziehen und sofort 200, 300, 1000 Erz farmen, wenn du nur genug Zeit aufwendest. Wenn du die Legionsdinger farmen willst, dann ist die beste Methode quasi über Twings in der Garnison zu gucken, ob du die Quest hast. Dann musst du nämlich nur zwei Klicks machen und hast es quasi. Und die andere Methode ist diese Rares da drüben zu campen, ja, hier im Tannan-Dschungel und die zu butschen, die, hier, da gibt es die paar, die droppen den Shit, ne. Das würde ich aber keinen empfehlen, weil das ein Dreck ist, ja. Das ist ein ziemlicher Dreck. Deswegen, ähm, sind sie limitiert, weil du nicht schnell einen Haufen nachfarmen kannst. Deswegen limitiert. Und die Dinger sind deswegen so teuer, weil irgendein Hans Wurscht hergeht und immer die billigen aufkauft und die teuer reinhaut und dann eine relativ große Gewinnspanne durchhat. Das ist, das ist einfach alles. Und du kannst so einen Markt sehr leicht kontrollieren, wo, äh, wo es wenig Akteure gibt, es farmt das Zeug nicht viel, es farmt die nicht viele und bei Items, die man nicht schnell in Massen reinhauen kann. Und das kannst du mit den Dingern nicht. Selbst wenn 100 Leute jetzt auf die Idee kommen, das Zeug zu farmen, werden sie trotzdem eine Weile brauchen, bis sie ein paar ins Auktionshaus reinhauen können, weißt du? Und du kannst dann nicht schnell die Preise runter. Wenn du versuchst, zum Beispiel von einem Erz die Preise zu kontrollieren, das kannst du vergessen. Du kaufst alles aus, dann hauen die sofort die Leute wieder den Laden voll. Deswegen ist das ein sehr limitiertes Gut. Hat seine Vorteile, da kannst du gut spekulieren, ne. Kannst du dich aber auch fair spekulieren, wenn es blöd läuft. So, ich glaube, ich habe hier jetzt eins zu wenig, dass ich quasi noch Level abkomme. Ich meine, das hat aber, glaube ich, keine EP gebracht, ne. Das letzte Mal, dass ich es gemacht habe. Die beiden kann ich noch. Und sonst ist ich Feierabend dann. Leider. Ähm, ich glaube, im ganz low-Level lohnen sich sogar die Inis noch. So, ich habe doch die Bubble ready. Uh, jetzt habe ich mich fast verklickt, da bin ich noch verreckt hier. Will die Mobs nicht töten. Bin Pazifist, weißt du, mittlerweile hier werden wir, jetzt kennen wir keine Mobs mehr. Ähm, du kriegst, glaube ich, Baseline 1000 Ruf. Du kriegst durch ein, wenn du einen Menschen-Shar hast, kriegst du 10% mehr. Dann, ich weiß jetzt nicht genau, ne, die Standarte bringt dir, glaube ich, nix. Aber, ähm, du kannst dann quasi noch, ähm, in den, den Handelspost in der Garnision aufstellen. Dann kriegst du nochmal, glaube ich, 20% mehr Ruf. Dann kannst du das so ein bisschen hochstecken. Ja. Also ein bisschen kriegst du es nach oben. Also 1300 kannst du halt kriegen, indem du halt den Garni-Buff plus den Menschen-Boni hast. Ich weiß jetzt nicht, Dunkelmond, Jahrmarkts-Buff könnte man sich dann noch holen. Der bringt dich noch einen Ticken nach oben. Obwohl, ich weiß jetzt nicht, ob der nur für Mobs... Achso, warte mal. Kann ich das einfach hier rauslooten? Ne, da muss... Hä, wie funktioniert denn das? Als Hordler musst du... Hier ist ein... Warte mal, was... Jetzt kannst du den das Ding gar nicht holen als Ali, oder? Oder was passiert? Muss ich ihn runterhitten? Weil als Hordler musst du ihn anquatschen und quasi das Event hier spielen, ne? Jetzt weiß ich aber ehrlich gesagt gar nicht, wie das aus Ali geht. Weil die lasse ich meistens aus. Als Hordler bringt es, glaube ich, kein EP. Wenn ich ihn jetzt runterboxe, soll er dann vielleicht... Kann man dann seine Kiste looten? Ja, okay. Du kriegst es aus Ali anscheinend nicht. Ja, gut. Shit, jetzt fehlt mir dann ein bisschen EP, ne? Weil die zwei Sachen kann ich noch holen. Ja, ey, 95.000 ist halt Schwachsinn. Keine Ahnung, das kauft halt keiner. Da ist halt irgendjemand, der alle aufkauft und auf Spekulationen geht, weißt du? Weil es halt so ein limitiertes Gut ist. Kann man mit sowas machen, aber da wird er wahrscheinlich keinen Erfolg mit haben. Wahrscheinlich, ne? Vielleicht hat er die für 10k alle aufgekauft, 10, 20k und versucht, den großen Nureibach jetzt zu machen. Genau. Ich weiß, wie das Hordler geht. Geht bloß das Ali geht's anscheinend gar nicht. Blöderweise. Schade. Schade, schade. So, die Schuhe kann ich noch holen. Dann hab ich leider alle Sachen. Ähm. Ich wär ganz gern noch Level abgekommen. gekommen. Shit, schau mal. Ein Schatz hätte mir jetzt noch gefehlt. Ein Schatz mehr. Und ich hätte quasi, ähm, noch Level abgepackt. Hätte ich das zweite Level noch gemacht. Hm. Ich hab aber ne Idee, was wir machen können. Ich weiß nicht, das Event dauert wahrscheinlich zu lang, ne? Wenn ich da jetzt... Kann ich auch nicht mehr holen. Hm. Hm. Ja, stimmt. Ein Pet Battle kann ich machen, damit ich Level ab. Aber ich hab grad schon geguckt, der andere Chart, grad die Pets. Ich muss den Flix einmal relocken. Warte mal, hier haben wir einige. Da hab ich auch, glaub ich, damals die Dings gefarmt. Warte, jetzt muss ich hier bloß einmal einen Relog reinschmeißen. Und dann machen wir das, dass ich zumindest noch das Level ab. Dann sind's nämlich nur noch zwei Level. Und ich bin dann quasi auf, ja, auf Maximum. Die Panda-Schätze hab ich mit dem schon gemacht. Kannst du ja nur einmal aufmachen, weißt du. Also. Oh, ich könnte, ach nee, die Leech-Schätze, das geht ja jetzt noch nicht, ne? Das geht ja noch nicht. Das haben wir ja auf dem Beta-Server getestet. Sonst müsste ich mit dem die Pets haben. Ah, genau. Warte mal, ziehen wir den da rein. Sinn, das Fliegende. Naja, gut. Sudoloder. Ich weiß jetzt halt auch nicht, wie gut im Tandanschungel das Zeug droppt, ne? Die Medaillons. Ich hab da früher immer nur die Mounds gefarmt. Die Medaillons war so ein, war so der nette Nebeneffekt quasi, ne? Den du hattest. Ein netter Nebeneffekt. So. Seht ihr denn mal? Eben war ganz gut weg. Gut, ja. Habt ihr gesehen? Level up. Ja, das, also so ein Pet-Battle bringt fast genauso viel wie so ein Bonus-Ding aufmachen. Und es geht ja auch schnell, ne? Also wenn ihr jetzt, warte mal, sollen wir mal kurz mitstoppen? Ich mach mal ein Timer. Also ihr seht, hier sind ein Haufen, also hier ist zum Beispiel auch so einer von diesen Spots, ähm, die du, wo die eigentlich dauernd nachspawnen. Also da hab ich in WOD das gefarmt gehabt. Warte, wenn ich jetzt hier einen Timer anmache, ne? Und hier einen Pet-Battle schmeiße, dann könnte man mal hochrechnen, wie lang man quasi braucht, um, um einen Pet-Battle zu machen. Oh, jetzt hab ich den Timer nicht angemacht. Ups, was, was waren das jetzt? Fünf Sekunden oder so drauf? Shit, jetzt hab ich extra den Timer rausgezogen. Ich rechne mal fünf Sekunden drauf. Der hat den ersten Angriff noch nicht mehr gemacht gehabt. Ja, ob ich nur weiß, wie viele Parakon-Kisten, äh, etliche hundert. Ich hab ja teilweise, das eine Video hab ich ja 120 auf einmal aufgemacht. Oh, jetzt hab ich hier nicht gedrückt. Ja, das sind wahrscheinlich jetzt die paar Sekunden, die ich jetzt, äh, verkackt hab, quasi, die ich jetzt nicht gedrückt hab, weil ich gestikuliert hab. Seid ihr gesehen, nach 37 Sekunden war ich jetzt hier fertig. Ein paar Sekunden hab ich am Anfang nicht mitgetimt und ein paar Sekunden, das ist, sagen wir mal, die 45 Sekunden, ja, hier, oder sagen wir eine Minute, ja, sagen wir eine Minute, wenn ich zum nächsten laufen muss und so, bis ich, bis ich beim nächsten quasi dran bin, den wieder angehauen hab. Nehmen wir es mal nochmal frisch auf. Dann kann man sich's quasi hochrennen, was man dann in der Stunde macht. Also ich krieg fast 20.000 für nen Pet Battle Kampf, ne? Also ich denk mir, in der Minute schaffst du auf jeden Fall nen Kampf. Oh, jetzt soll ich hier drücken. nicht Dingsen. Hab ich schon wieder nicht gestartet? Bin ich ein Kacknoop? Also irgendwas ist doch hier verhext. Ich hab da hundertprozentig da drauf gedrückt. Das sind diese, das sind diese Scammer-Tricks, weißt du, diese Karten, diese Hütchenspieler. Da musst du aufpassen für solche Leute. Da musst du aufpassen. Ja. Also man braucht auf jeden Fall unter der Minute wahrscheinlich so zwischen 30 und 45 Sekunden. Ja, warum krieg ich jetzt 20.000? Jetzt hab ich sogar mehr gekriegt. Ich verstehe es nicht. Gut, dann können wir mit 20k rechnen. Dann sagen wir einfach, ich krieg 20k. Das waren sogar jetzt mehr als 20k, was ich gekriegt hab. Und brauch eine Minute, ne? Ich brauch sogar weniger als eine Minute. Aber wir setzen jetzt einfach Minuten. Dann krieg ich 1,2 Mille in der Stunde. Das sind fast zwei Level, ne? Einfach nur durch Pet Battle. Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Naja, gut. Ähm, wir sind hier einmal fertig. Ich port mich raus. Äh, achso, da hab ich die Steine nicht rausgezogen. Gut, ähm, soweit vom Video. Mich hat's gefreut, dass du dabei wart. Und ja, vielleicht schaut ihr wieder in die nächste Episode rein von meinem Parler-Leveln. Bis zum nächsten Mal. Ciao.